Hallo und willkommen zu meinem nächsten Video. Das Thema meines heutigen Videos sind die drei schlechtersten Sachen am Bauern-Lifestyle. Also im letzten Video habe ich schon besprochen die drei besten Sachen am Bauernleben. Heute gehe ich mal ein bisschen auf die negativen Sachen ein. Also es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Das erste Negative am Bauern-Lifestyle ist die dauernde, ich will nicht sagen Bewegung, aber die dauernde Anstrengung. Also mein Körper hat jetzt schon einige Baustellen, die sich über die Jahre mitziehen. Wenn man nämlich so sechs, sieben Tage die ganze Zeit unterwegs ist, die ganze Zeit geht. Ich sollte mal messen, wie viele Kilometer ich an einem Tag gehe, aber ich glaube es sind schon einige. Und die ganze Zeit Kisten schleppen, herumlaufen, bücken, in die Hocke gehen. Das schlägt sich schon manchmal ein bisschen auf den Organismus durch. Und da muss ich meistens auch sehr viel Physiotherapie-Übungen machen. Also ich mache jetzt eigentlich mittlerweile täglich so eine Routine, dass mein Körper irgendwie halbwegs noch zusammenhält und stabil bleibt. Also das kann auch schon sehr anstrengend sein und sehr belastend. Also auf jeden Fall, das ist eine der negativen Seiten. Die zweite negative Sache ist, dass man die ganze Zeit den Elementen ausgesetzt ist. Also im Winter bzw. im Frühling ist es meistens sehr kalt. Regen ist nicht so schlimm, aber Kälte. Manchmal friert man sich da schon ein bisschen die Hände ab, weil die sind meistens nicht so bedeckt. Oder wenn man dann so Karotten waschen muss, wenn es nur 10 Grad hat oder so. Das ist nicht so lustig. Und dann kommt der Sommer bzw. auch schon im Frühling und dann knallt teilweise einfach die Sonne runter. Also ich habe mittlerweile eher weniger Sonnenbrände, aber am Anfang habe ich wirklich oft Sonnenbrand gekriegt, weil ich mich einfach nicht geschützt habe. Also einschmieren hilft teilweise gar nicht so sehr. Es ist mehr, man muss sich wirklich dann, also man muss sich dann wirklich komplett so vermummen und meistens auch versuchen, wenn es geht, nicht in die pralle Mittagssonne zu gehen. Aber das ist oft leichter gesagt als getan. Es ist auch immer wieder ganz lustig, um mich herum arbeiten auch einige anderen Leute und es ist sehr schön zu sehen, wie wir am Anfang des Jahres alle ziemlich weiß sind oder ziemlich hell und dann am Ende des Jahres sind wir alle ziemlich braun und wir haben alle so Braunungsstreifen überall, weil wir eben nur das T-Shirt tragen und dann halt da braun sind und darunter. Es sieht immer ganz witzig aus. Aber ja, sehr viel Sonne, sehr viel Wind, sehr viel Regen, sehr viel Kälte. Also man ist die ganze Zeit draußen und man kriegt das meistens voll ab. Und man ist sehr wettersensibel. Es hat seine... Positiv und negativ liegt oft sehr nah beieinander. Und das dritte und auch eins der negativsten Sachen am Bauernleben ist das Sozialleben. Ja, also für alle, die mich kennen, die sehen mich mehr auf Videos oder auf irgendwelchen blöden Fotos oder auf irgendwelchen Instagram-Stories, als sie mich in echtem Leben sehen. Einfach weil man die ganze Zeit beschäftigt ist. Also wenn man so sechs bis sieben Tage arbeitet und meistens den ganzen Tag draußen, dann ist man total müde. Man hat eigentlich kaum Lust, dann noch rauszugehen viel. Auch viele Leute wollen irgendwie so Sachen machen wie Sport oder Spazierengehen. Und ich bin dann immer eher so... Ich will lieber zu Hause bleiben und schlafen oder zumindest mich einfach nur auf irgendeine Bank setzen. Und genauso wollen dann alle im Sommer in der Sonne sitzen und sich bereuen. Und ich will einfach nur im Schatten sitzen. Also es ist ein ziemlich konträrer Lifestyle zu dem normalen Stadtleben, würde ich sagen. Und das hat natürlich zu Einschränkungen in meinem Sozialleben geführt. Also ich sehe wirklich meine Freunde relativ selten. Und wenn ich sie sehe, bin ich meistens müde und der Erste, der nach Hause geht. Aber so ist es halt. Man kann mich natürlich auch ab und zu am Feld besuchen, aber das Feld ist meistens recht weit draußen. Und dann kommen dann eher weniger Leute. Also es ist generell kein Beruf, der top für das Sozialleben ist. Wobei ich sagen muss, dass ich halt doch sehr viele Leute immer wieder sehe, wenn ich ihnen Gemüse bringe oder wenn ich sie beliefere. Oder wenn so irgendwie so eine Interaktion stattfindet. Also die einfachste Art, mich zu sehen, ist bei mir Gemüse zu kaufen. Ja, das sind auf jeden Fall ein paar negative Dinge am Bauernleben. Meiner Meinung nach überwiegen die positiven Dinge. Aber ich versuche natürlich stetig an meinen negativen Sachen, die schlechten Sachen besser zu machen. Und versuche mehr Zeit oder mehr Kraft in gewisse Dinge zu stecken. Ja, wie immer, danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das nächste Video wird es dann vom Feld sein. Und dann werde ich wieder mal ein bisschen Gemüse herzeigen und nicht nur meinen Kopf. Danke fürs Zusehen und bis bald.